So ihr Lieben, auch in 2019 wünsche ich euch natürlich fröhliche Weihnachten und ich versuche euch immer was Neues zu zeigen und diesmal bekommt ihr die Krippe von Las Palmas zu sehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ganz viel Geschenk. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.